Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. André Teixeira, 33, Mittelfeldspieler, VfL 93, Hamburg. Moin, ich bin Marius, ich spiele im linken Mittelfeld und man nennt mich auch den Flügelschlitzer. Hallo, Erzin Talaichi, Außenverteidiger. Moin, Jens Grawe, VfL 93, Erste Herren, Torwart von der Position her und ich will versuchen, ob ich jetzt die Latte treffe. Benjamin Marschall, VfL 93, Stürmer und auch Chancen tot. Hi, ich bin Medi Karimi, ich spiele zentrales Mittelfeld. Man nennt mich auch Karimi. Moin, Schaaf Sala, grüß dich, der Rallermann vom Dienst. Ja, Mann! Moin, ich bin Timo, ich spiele im rechten Mittelfeld und nen Spitzenarm habe ich noch nicht. Michael Kuppmann, VfL 93, defensives Mittelfeld. Michael Adepunde, rechtes Mittelfeld, Spitzname El Loco. Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Jungen Mai 1000 Abs Dentist. Mit dir, mir wird. 0,icht Cowisch, Theater gerne, Berühnen, VfL? toute Leinheiten, VfL 93, realised Dichotter. allem Maß, die Verdi, blan generating Temperament. Vielen Dank.